Das große Bild bei den Indizes scheint tatsächlich unverändert gegenüber dem gestrigen Tag. Er vollzieht jetzt das, was wir angesprochen haben. Zumindest mal sieht es so aus bis jetzt. Wir wissen alle noch nicht, was passiert. Aber der Thumbnail von gestern ist vielleicht gar nicht so schlecht gewählt, nämlich Don't Turn on Red. Also nicht gleich umdrehen, wenn es mal rot wird, denn die Chance, dass der Kurs dann danach anschließend dann doch noch mal dreht, die ist gar nicht so gering. Also womit rechnen wir aktuell mit dem Rücksetzer? Ich habe es mehrmals eingezeichnet. Ich will es jetzt einmal exemplarisch hier noch tun. Also Fibonacci Retracement für die zweite Welle. Messen wir die erste Welle hoch und gucken mal, wo das Ganze landen sollte, wenn es eine ordentliche Korrektur wird. Wir wissen noch nicht, ob es eine Korrektur wird und wir wissen die Größe nicht. Aber wenn, dann wäre das etwas. Ich bin kein großer Freund, jetzt hier short zu gehen. Nicht auf dieser Zeitebene. Entweder man bleibt long, weil man diese Situation aussitzt. Das hatte ich ja gestern erwähnt schon. Oder man zieht den Stop ein bisschen enger hinterher und fliegt dann eben jetzt raus, ist vielleicht sogar schon rausgeflogen und kann dann später wieder einsteigen, wenn der Kurs tatsächlich den Dreh hier macht. Deshalb das große Bild, weil es so fast das gleiche ist wie die letzten Tage und sich da eigentlich nicht wirklich was verändert hat. Das lassen wir jetzt mal großes Bild sein. Wir gucken uns jetzt mal das Ganze im kürzerfristigen Chart an, ob sich da schon ein wenig was abzeichnet. Im Viertelstundenchart beispielsweise hatte der Dow immerhin einen starken Anstieg. Ein Rücksetzer, der durchaus dreiwellig aussieht und die Erwartungshaltung ist, wenn die erste Welle dynamisch hoch ist, danach ein ordentlicher Rücksetzer, dass danach der Anstieg nochmal kommt. Er ist ein bisschen größer als der vordere Teil, ist auch steiler als der vordere Teil. Also so kann das in etwa aussehen. Er war zwar ziemlich niedrig hier, aber noch gerade bis zur 78er erst, also nicht durchschritten. Also für diejenigen, die sich für solche Szenarien interessieren, haben hier vielleicht schon ihren Spaß mit gehabt. Jetzt allerdings sieht es hier einigermaßen rot aus. Wenn wir hier mal einen fünf Minuten Chart gucken, machen wir mal die Skizze weg hier, das Gemalte. Wenn wir hier jetzt die Abwärtsbewegung angucken, die sieht ziemlich rot aus, aber auch noch relativ durchwachsen. Also ich bin kein großer Freund im Moment für die Short-Seite. Ja, also Long. Naja, ich habe es ja übergeordnet gesagt. Übergeordnet rechne ich jetzt ehrlich gesagt damit, dass wir jetzt so langsam den Rücksetzer haben. Und im kurzfristigen, anders als das Szenario, was wir eben besprochen hatten, sieht das jetzt für mich nicht attraktiv aus. Denn die Aufwärtsrichtung, wenn sie so aussieht, dann ist sie wieder überschneitend. Selbst wenn er noch hoch geht, ist das alles nur korrektiv und würde später dann für die Abwärtsseite sprechen. Also ihr seht, ich bin ein bisschen auf der Abwärtsseite orientiert im Intraday Chart und ihr seht, ich bin abwärtsseitig in Erwartungshaltung orientiert. Weiß ich nicht so richtig, also hier zu shorten, aber in der Erwartungshaltung, dass wir eben den von mir eben eingezeichneten Bereich hier drin nochmal sehen. Das fände ich alles ziemlich interessant. Um anschließend, wenn er dann jetzt tatsächlich dieses Korrekturmuster gebracht hat, dann sehr, sehr gerne, entweder falls es hier irgendwie eine Wendeanzeige gibt oder dann eben beim Zwischenhoch da wieder long zu gehen. Also wenn ihr euch jetzt wundert, du warst doch so Bullish. Ich bin an diesem großen Bild nach wie vor Bullish, allerdings mit der Einschränkung, dass jetzt so langsam eine Pause ansteht. Also das ist ähnlich wie beim Fußballspiel. Ich bin total gespannt auf die zweite Halbzeit, aber in der Pause fallen meistens keine Tore. Jetzt ist hier in dieser Pause eben auch nicht mit Aufwärts zwingend zu rechnen, sondern eben damit das da Halten angesagt ist. Ob das Spiel abgepfiffen wird und alle nach Hause gehen, also nach unten, das wollen wir mal nicht hoffen. Im Moment würde ich nochmal sagen, bleibt das Bullish Bild bestehen. So, also auch hier im Tageschart beim S&P geben wir auch hier mal Intraday, so ein bisschen fünf Minuten, um so den Eindruck zu bekommen, was die Marktteilnehmer hier aktuell machen. Und ja, immerhin, also wenn ich mir das angucke, das ist noch eine relativ starke Seite. Es ist aber nicht die erste Bewegung. Wer hat erst mal das hier schon gebracht, als erste Aufwärtsbewegung. Jetzt das. Das heißt, ich bin ja so ein großer Freund von erste aufwärts, zweite wackelig und dann die dritte handeln. Jetzt könnte man doch sagen, super, hier hoch, dann hier wackelig. Ja vorsichtig, das ist nicht die erste. Das war die erste. Das heißt, wenn jetzt hier nochmal eine hoch geht, wäre das die fünfte und die ist tendenziell nicht so lang wie die mittlere hier. Also diese grobe Daumenregel, dass die erste, also Entschuldigung, dass die dritte so lang ist wie die erste oder sogar länger. Das gilt nicht zwingend für die fünfte so lang wie die dritte. Ich mache mal ein übertriebenes Bild. Das sieht häufig auch so aus und dann seht ihr schon, naja, die hinten ist auch noch mal attraktiv, aber eben nicht so lang. Und da müssen wir eben, was die Ziele angeht, damit rechnen, dass es nicht eine 1 zu 1 Projektion dahinten wird. Naja, wollen wir mal gucken. Es sieht eh ein bisschen überschneidend aus. Also ich bin noch, ich werde nicht warm mit dem Ding. Also wenn ihr mich jetzt zwingen würdet, hier irgendwas zu tun, dann wäre mein Zwang der Gang an den Kühlschrank oder die Kaffeemaschine oder wo auch immer hin. Aber zumindest mal aktuell nicht in der Aktivität. Denn die Aufwärtsseite, die wir jetzt hier heute im Laufe des Mittags, Nachmittags hier bekommen haben, sieht zwar, das sieht ganz gut aus, aber das Gesamtbild sagt mir nicht zu. Ihr wisst, ich bin manchmal eine Mimose. Dadurch verpasse ich auch hier nur wieder Trades oder regelmäßig Trades. Wer es sehr aggressiv angehen will, ich würde jetzt im Moment eher sagen, wenn es wackelig noch weiter ein bisschen runter geht, die Long-Seite. Aber wirklich empfehlen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also dann lieber eine Trade verpassen, als da jetzt hier auf der falschen Seite unterwegs sein. Noch cleverer ist es, mal zu gucken, was die anderen Kollegen machen. Und der Nasdaq hier aktuell, der sieht gut aus. Wenn ich mir das angucke, dieses Tief hier, das ist auf gleicher Höhe wie das. Ich glaube sogar, es ist ein bisschen tiefer als da vorne. Wenn ich jetzt hier diese Bewegung jetzt mit einer A, B, C, das ist 5 Minuten Chart auch, Nasdaq, S&P, jemand mit S&P, das Nasdaq 100 hier als Future. Aber das sieht natürlich, wenn ihr einen anderen Kontrakt handeln wollt, CFD oder sonst irgendwie was, grundsätzlich ähnlich aus. Der Anstieg ist super. Hier würde ich sagen, das kann man als erste Welle gelten lassen, weil das gleich hoch, ich glaube sogar der leicht tiefer ist, aber zumindest mal gleich hoch ist. Das ist der erste Schub nach oben. Wenn wir jetzt eine A, B, C, wie weit müsste der A, B, C runter? Ich weiß, ihr kennt das Prinzip, tiefster Punkt, höchster Punkt und dann müsste er in diese Kiste rein. Ihr seht dieses Verhaltensmuster, das ist immer wieder das Thema. Egal, ob ihr das im 5 Minuten Chart anguckt, wie jetzt hier oder ob ihr sagt, das gucke ich mir im übergeordneten Bild an. Dieses Verhaltensmuster finde ich so klasse, weil es so regelmäßig vorkommt, dass es mir immer wieder tolle Gelegenheiten eben bietet. Wenn wir hier vielleicht, wo wir eine Symmetrie haben, dann auch noch eine Fibonacci-Marke. Also ich gucke immer, wo mehrere Argumente zusammenstoßen und wenn da dann auch noch eine Umkehrkerze entsteht, dann würde ich hier vielleicht sogar schon einen Long versuchen, spätestens allerdings bei den Zwischenhoch. Ihr kennt das Prinzip, Schub hoch, A, B, C, Zwischenhoch nutzen und wenn es mehrmals wackelt, also irgendwie so mehrmals hin und her geht, dann ist das eben das Zwischenhoch. Das sind dann die Long Trigger mit Erwartungshaltung, fröhlicher Erwartungshaltung, dass das passiert. Wenn ihr jetzt erhofft, wird er das jetzt genauso machen? Das wäre jetzt cool, wenn es genauso aussehen würde, wie ich es gezeichnet habe. Es ist nicht meine Intention, hier die euch den Eindruck zu vermitteln. Ich weiß schon, wie das nachher aussieht. Das ist ein Fallbeispiel und ich habe keine Ahnung, ob das so so ähnlich oder ganz anders aussieht. Das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, sieht es so aus, ist das hier eine Stelle, an der ich versuche Long zu kommen. Oder das hier, wenn es nur eine AWC ist, wo ich Long bin. Das heißt, ich habe keine Ahnung, ob er das bietet. Aber eins weiß ich, wenn sie das schön hinkriegen an der Börse, dann bin ich da extrem bemüht, damit aufzuspringen und zu sagen, klasse, da bin ich mit dabei. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ hoch, was auch immer das bedeutet. Und ihr dürft nicht vergessen, eure Chance-Risiko-Verhältnisse sind klar zu euren Gunsten. Das heißt, ihr habt, selbst wenn ihr nicht immer richtig liegt, selbst wenn ihr mal den Ah, heute habe ich einen blöden Trade erwischt, verliert ihr relativ wenig gegenüber die Gewinnseite. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal einen Gewinn wieder einfahrt, dann habt ihr gleich mehrere mögliche Verluste gleich wieder mitfinanziert. Also das geht im Durchschnitt, das ist ganz wichtig, nicht im einzelnen Trade geht das nicht immer gut, aber im Durchschnitt, so wie wir es vorhin gesehen haben beim Dow, als ich das Bild gezeichnet hatte, geht das doch relativ häufig gut und bietet uns im Durchschnitt eben eine sehr sinnvolle Gewinnchance. Was würde dieses Bild kaputt machen? Das ist relativ leicht erklärt, wenn der Kurs, ach ne, komm, dann machen wir doch die Linien mal weg hier. Wenn der Kurs hier zwar in die Zone reinläuft, die wir da ... Na super, hier habe ich alles weg gemacht, aber das, was ich weg ... Ja, super. Na gut, also noch mal. Also wenn der Kurs in diese Zone reinläuft, tiefster Punkt, höchster Punkt, ihr müsst das selber nicht zeichnen. Das zeichnen mache ich. Also die FIBUS empfehle ich euch schon zu zeichnen. Das kann auch hier das Chartprogramm, diese Kiste. Das ist ja nur damit, dass für euch ein bisschen plakativer hier ist. Aber wenn der Kurs jetzt runterkommt, aber eben nicht A, B, C, wie ich das hier, oder mehrfach wackelnd da reinläuft, sondern wenn der jetzt hier irgendwie sowas macht, kann ja auch sein, dann habe ich völlig daneben gelegen. Völlig falsch, weil es hat ja nichts mit meinem Bild hier zu tun. Das Schicke ist allerdings, wenn er das macht, kann ich das ja nun ganz schlecht verwechseln mit so einer Bewegung. Und ich habe gesagt, hier ist ein toller Trigger. Okay, da haben wir gar keinen Trigger, weil ja das Zwischenhoch fehlt. Das heißt, ich lag dann zwar vielleicht mit der Überlegung falsch, aber war ja egal. Also insofern ist das so ein bisschen wie, wenn beim Nachbarn am Wochenende eine tolle Party ist, bin ich mit dabei und wird es richtig mega. Wenn keine kommt, dann bin ich zu Hause. Also ihr seht, das ist an der Börse nicht groß anders. Bitte seht das nicht als Vorhersage. Genauso muss das kommen. Ich würde mich allerdings nicht wundern, denn wir alle kennen unseren beliebten Nachbarn, der dann doch immer wieder Party macht oder wir kennen den Markt, der so anfängt, hat häufig so eine Gegenbewegung und dann kann man das Ganze entsprechend dann auch nutzen. Also kleine Hausaufgabe für euch, heute im Laufe des Nachmittags noch mal zu gucken, ob das Ganze passiert. Kann sein, dass sie das Ganze hier übers Wochenende schleppen, also sprich, dass wir am Tagesende vielleicht irgendwo da sind und dass wir anschließend hier dann nach dem Wochenende erst diesen Bruch haben. Das kann natürlich sein, aber das so als kleine Orientierungshilfe, als Idee, wie man damit umgeht. Das Ganze steht im Zusammenhang einer Aufwärtsbewegung, die, ich gehe mal auf den 4-Stunden-Chart, dieses Teilstück haben wir gerade besprochen. Das kleine Stückchen hier. Und müsste ich nicht hier auch bärisch sein? Ja, ich bin durchaus auch hier gewählt, dass das als nächstes kommt. Aber in Anbetracht dessen, dass wir hier im 5-Minuten-Chart, also da, wo der Kringel jetzt eben war, dass wir hier einen Anstieg haben, würde ich fast vermuten, dass wir im Moment erst 1, Pause, das, Pause und noch einen höher kriegen und anschließend erst runter gehen. Also im großen Bild ist meine Erwartungshaltung die gleiche. Das ist häufig verwirrend. Ich weiß das, weil viele sagen, mal sagst du Long, mal sagst du Short. Das ist immer irgendwie genau andersrum, als ich es erwarte. Der Long, den wir hier besprochen haben, hat nichts mit dieser Abwärtsbewegung, die ich erwarte, hier zu tun. Es geht nur darum, dass wir dann vorläufig für ein paar Stunden oder notfalls noch ein, zwei, drei Tage noch mal eine Aufwärtsbewegung durchaus im Petto haben können und anschließend erst der Kurs runter geht. Also dieses kleine Teilstück, was wir hier oben eben besprochen haben, hat quasi keinen Einfluss auf die Erwartungshaltung hier, dass es noch mal runter geht und auch nicht auf die Erwartungshaltung, dass es vielleicht insgesamt aber noch weiter nach oben geht und so weiter. Sondern es ist eigentlich nur die Erwartungshaltung. Guck mal, da triggern wir. Und deshalb würde ich da nicht unbedingt Long gehen, sondern erst auf diesen Rücksetzer warten und dann hier hingehen. Und ihr seht dieses Bild, was wir hier im 4-Stunden-Chart haben, ist doch nahezu das gleiche Bild, was wir hier im 5-Minuten-Chart haben. Nur das 5-Minuten-Chart-Bild gilt natürlich nur für viele, viele, viele fünf Minuten. Während das, was wir hier im 4-Stunden-Chart angucken, gilt für viele, 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 vier Stunden. Also sprich für viele Tage vielleicht dann oder vielleicht sogar noch länger dann für Wochen. Also ein bisschen unterschiedlich in den einzelnen Märkten. Sucht euch immer den raus, der am schönsten ist. Ich weiß, dass viele sagen, nee, ich handel aber immer den. Das klingt doch nicht clever. Der eine macht einen klaren Eindruck, dann nehme ich doch lieber den und dann lasse ich das nächste Mal, lasse ich den dann stehen und mache das nächste Mal dann vielleicht den anderen wieder. Was macht denn der DAX aktuell? Der DAX ist ebenfalls eigentlich in einer schicken Situation. Ganz kurz auf 4-Stunden-Basis nochmal zur Orientierung. Fünffällig hoch hier im 4-Stunden-Chart. Jetzt wackele ich runter. Das ist das Bild, was wir auch gestern hatten bzw. was zu dem passt, was wir eben im 4-Stunden-Chart beim Nasdaq hatten. Also da scheinen sich die Indizes durchaus relativ einig zu sein in diesem Bild. Also dass wir einen Rücksetzer zu erwarten haben. Und solange das Korrektiv in diese Kiste geht, ist auch der Bullenmarkt nicht wirklich beschädigt. Wichtig ist, dass es Korrektiv da reinläuft, so wie es euch am Anfang, ich glaube, beim DAO gezeigt hatte. Und dann wäre das die Erwartungshaltung. Aber wichtig, jetzt im Moment zu kaufen, finde ich nicht so smart, weil er muss doch noch mal runter. Dann kaufe ich doch nicht jetzt hier auf der erhaltenen Höhe hier und dann warte ich, dass er da runter geht. Wie sieht's denn aus? Ist denn da jetzt hoch oder runter im 5-Minuten-Chart oder im kurzfristigen Chart das relevante Bild? Wechseln wir auch beim DAX noch mal auf dem Intraday-Chart, hier 5-Minuten-Chart. Dann sehen wir schon, das ist nur eure Meinung. Wie reagiert ihr, wenn ihr so einen Chart seht? Also für mich ist das ja unübersichtlich. Ich würde eher, wenn er irgendwie korrektiv hochkommt, die Short-Seite handeln. Weil das sieht doch eher noch aus, als ob das die starke Seite, Gegenseite, die starke, nochmal fünffällig, aber kurz, runter, irgendwie die Gegenseite. Aber irgendwie, also ich finde das, ich weiß nicht. Das finde ich nicht gut genug, als dass ich hier Geld reinsetzen würde aktuell. Ich weiß, viele sagen, du musst dich aber doch entscheiden. Ja, das ist völlig richtig. Als Händler muss ich mich entscheiden und meine Entscheidung ist, ja, hier mache ich nichts. Vergesst das nicht. Das ist eine Möglichkeit, die ihr durchaus ziehen könnt. Wenn das Bild schön sauber ist, je nachdem wie euer Handelsansatz, ich zeige euch ja immer, wie das bei uns aussieht in etwa, was wir da so für eine Einsicht haben. Wenn ihr andere Handelsansätze bevorzugt, auch gut, aber guckt immer, sieht es möglichst gut aus, möglichst sauber. Selbst das ist keine Garantie, dass es gut geht, aber das ist die beste Chance, dass dann die Wahrscheinlichkeiten eher zu euren Gunsten sind. Je unsauberer und undeutlicher das Bild ist, ihr dürft eins nicht vergessen, ihr seid ja nicht die Einzigen im Markt. Und wenn ihr sagt, also Rüdiger, ich weiß nicht, mir sagt dieser Verlauf gar nichts, ich habe keine Ahnung, dann geht das wahrscheinlich nicht nur euch so, sondern möglicherweise vielen anderen auch im Markt. Und wenn das nicht klares Bild ist, was machen die Leute dann? Entweder machen sie nichts, weil sie wegbleiben oder ein Teil glaubt, nein, das ist ein ganz kleines Long-Signal. Ein anderer Teil, das ist ein ganz kleines Short-Signal. Das heißt, hier kämpfen beide Seiten eher gleichgewichtig. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt ein möglichst sauberes Bild, das von wahrscheinlich den meisten ähnlich interpretiert wird. Sei es, der eine sagt wegen Schulter, Kopf, Schulter, der andere sagt wegen Elliot, der nächste sagt wegen noch wieder einem anderen Handelsansatz, das spielt gar keine Rolle. Großartig. Aber wenn alle sagen, naja, aber jetzt ist hier irgendwo eine Verkaufsmarke erreicht. Ja, stellt euch vor, der kommt jetzt hier runter, macht jetzt hier sowas. Und warum Schulter, Kopf, Schulter? Ja, weil es hier so ein bisschen aussieht, wie das ist hier die linke Schulter, das ist der Kopf und das ist die rechte Schulter nochmal. Und dann werden einige Elliot-Freunde vielleicht hier schon geschortet haben. Einige Schulter-Kopf-Schulter-Leute, die nehmen die Nackenlinie. Ja, und die haben keine Ahnung voneinander. Aber sie arbeiten und sie operieren in die gleiche Richtung. Und das ist dann ein sich verstärkender Effekt, weil viele sich wundern, als ob die Charts irgendwie was aussagen. Die Charts natürlich nicht. Aber wenn Marktteilnehmer konzertiert arbeiten, das gleiche machen oder ähnliches machen, dann kommt halt auch eine bedeutsame Bewegung auf und die kommt eben nicht auf, solange das Bild unklar ist. Also im Moment würde ich hier nichts machen. Ich halte das für nicht so ein deutliches Bild. Mein Fokus Intraday jetzt heute der Nasdaq erstmal im 5-Minuten-Chart. Im größeren Bild ist es bei allen Indizes mehr oder weniger gleich. Rücksetzer abwarten und dann richtig einsteigen. Bis dahin hören wir uns aber noch mal wieder. In diesem Moment wünsche ich euch an dieser Stelle jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Ciao, ciao.